Guten Tag meine Damen und Herren, im Namen der Deutschen Bahn begrüßen wir die neu hinzugestiegenden Fahrgäste im ICE zur Fahrt nach Hamburg-Alzheimer, über Göttingen, Hannover, Hauptbahnhof. Mein Name ist Reinhard Schattenbeifragung und wünschen das mein Team und ich Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen einer Bremsstörung ist unser Zug in Kassel leider 25 Minuten später angekommen und wird gegen 12.20 Uhr in Göttingen ankommen. Über ihre Anschlusszüge werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord zu ICE in Tumor.